so ich nehme es einfach mal aufhören Floders das hat noch zurecht drückt und jetzt sind wir endlich in der nächsten Welt so als dürft ihr das jetzt sind ich hoffe nur dass meine Stimme laut genug ist weil ich hab ich glaube ich auf 60 und ich auf 5 und 40 gestellte Spieler als ich den Tipp des Tages E was Kopfschuss erhält Kopfteil der Beinemann ist er dass er jetzt immer gedacht ist er Erkenntnis erneuert alles was es ist hier Oh mein Gott ach du scheiße und erst mal runter und runter und zu meinem Punkt die ich so liebe das Spiel doch das ist ja gar nicht der Punkt egal hat mir irgendwie Ausdauer oder sowas nein ich glaube man kann unendlich laufen ne weil ich manchmal springt und die verschiebt so die scheiß Waffe ja da bin ich mal der erste mit Punkt und der erste mit der Wohnung okay ja der andere der Mörder macht da einen A rum geht er mal gar nicht die E halten wir schärfen und zack die treffe ich jetzt das sag ich dir die treffe ich jetzt da habe ich bin verdammt verdammt nicht getroffen der Stand entschärfen E drücken ich habe die ganze Zeit E gedrückt wir sind die anderen es wird auch gleich B hochgejagt wie müssen wir B hochjagen oder die anderen keine Ahnung oder ihr müssen wir richtig scheiße ich habe die ganze Zeit das hat nichts gebracht verdammt da war einer immer der x verflucht aber ich bin glaube ich auch einmal da einmal aber ich habe mir gehört so schnell kommt es gar nicht ich bin Prozent 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 alle noch immer von uns ich will zur Folge so voll taliban style maschinengewehr nehmen die luft schießen und alle noch alle noch nicht du hast man kann dieses ewige liebte erregt mich was auch und über das Gebäude hoffentlich nein folgendes Gebäude wir haben folgendes Gebäude die in die Granate werfen das ist auch geil geilotronisch wir haben heute noch gar nicht geilotronisch gesagt mir wäre es auch nie eingefallen warum stehe ich hier kein Fahrzeug rum fühle mich gemobbt das verziehe ich mich in meinem Häuschen oder als Kekse obwohl ich durch die Hintertür rausgegangen bin immer noch kein Fahrzeug wie verkackt ist sowas von und das wird es gehört da haben wir noch keinen Hückel hingekriegt der Beobachter die 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 weil ich nie in den gegnerischen Spaten sie keine Ahnung oh 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 das ist ja jetzt gerade richtig geilotronisch so erst mal voll drüber da stehen sie so ich habe es gleich erkannt der ist Italiener der auch Das ist doch ein paar Läufer, weil sie weg sind, wenn sie sich da nur... Fuck! ich glaube da musste mehrere Punkte dran verbrauchen das ist ein Blutzeichen die Geschichte der Panzer Wo wir nur gegen nebeneinander standen und gewartet haben, bis der Einzige hier nachgeladen hat, wenn wir abkennen. Warum? Warum trefft die Scheiß- die verwackelt echt viel in den Schlauch? Ja, ich habe das fucking Scheiß ganze Magazin auf dich geschossen und ich habe dich gebraucht. Ja, weil die ist übel, die schießt zwar übel schnell, geil, Panzer. Hat er mich gesehen? Nein, der Italiener. Bin ich auch an seinem Halstweg. 17 zu zweit ist doch asozial. 1.005 Punkte. Auch Floor und 0 zu 3. So, wo ist mir ein Fahrzeug? Da hinter mir, wo facken wir die Map. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich werde das fucking sehen. Ich will fahren. Ich habe ja Feindrahmung. Ich habe ja Schauss. Ich habe ja 23 Philp. ... Opposite, Opposite. zusammengefahren Alter ich hab irgendwie 10 mal auf die Kette Panzer geschossen wie Leben hast du als Panzer ey ich glaub 1000 2 zu 8 ich bin erster das wie wir kommen in der Nähe und dort ist falsch verdammt hast du auch nicht geschossen 22 zu 2 wie schafft man sowas jetzt hat er 23 weil er sich umgebracht hat Zerpanzer, Panzer, Panzer, Panzer da steht ein Panzer in der Halle so ein Fahrbarer mit 5 Schuss ich bin die viel geiler der Fahrbarer Panzer ja ich bin seitdem definitiv ja aber das sieht man mal wieder wie man sich täuschen kann genau so bist du in der Panzer? ja 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 um wenn ich mir mein Panzer wegfahre du bist du das ist die Decke zu es ist tot dann war es aber du liebst es sind im Panzer nach hat er nicht erschossen Volkratz 3 ich wein kein Panzer sie in der Waldfahrt ist ein Panzer mit Rädern und ja ich glaube es könnte der war da in der Nähe bei B irgendwo aber aber ich habe er hat sich nicht zu ziehen eine Scheiße ab 4 zu 10 der geile Partei hier eine Partei wenn er es sei er ja erst einmal voll gegen die Kante vor geile Scheiße hör auf auf mich zu schießen kannst du es nicht oh doch, oh doch es ist doch scheiße wenn du jetzt mit blöden Geschütz hier bist nicht ausgestiegen oh Panzer ist wieder da ha 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 wie die E-Zweizer noch Feuer ziehe ich gerade aber das kann ich noch nicht gar keine Scheiße guck mal die Lieblingsplätze aber wie ich dieses Teil hasse ey, das verwackelt so um aber ich is halt geil ich will den Panzer kann man hier was spawnen das hat 2 ist zwar nichts gespawnt aber es ist einer angefahren kommt das heißt 12 meine Scheiße 5 mein Panzer ist nicht da mein Panzer finde ich nicht nett für den Panzer geilotronisch schnappen alle ach zu scheiße was so so das ist meine geile rauchgranate hinwerfen hier aber gut scheiße Panzerfaust 5 zu 8 nicht schlecht 7 zu 12 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 sind mir die ganzen leute fahr mal weiter vor nein du hast ganz 4 3 5 5 5 4 5 5 4 1 5 5 4 4 5 5 5 4 5 6 8 ja ich war nicht saß wie eine Scheiße ich bin richtig geil die barco ist ein bisschen hat also ich weiß es gerade denn es kann ich mit hetzel auf wenn ich hier bin ich auch die vor allem wenn ich selbst sie steht auch kaum schauen Okay. Alter, mir fällt gerade auf die Folgen, wir am brutalsten Lachen. Alter, 11 zu 13. Einfach nur geil. Der Panzer ist geil. Ich weiß. Das ist so geil, der Panzer. Vor mir brennt was. Ach so, das ist ein anderes Auto. Und wo kommt der Flue jetzt dann wieder? Oder? Scheiße. Boah. Ich glaube, bei Battle for Play for Free da... ja mal lieber nach einer äh ich glaube die Runden sind allein schon so lang achte es einfach kann man kann zerstehen lassen durch m auch erst mal drauf kommen so steht man kann zerbrechen nein nicht scharf gemacht da muss ich hin alles wegsprengt komm schon der hat nur noch 10 Leben und hat mich erschossen ich hab dem 98 komm schon doch das muss ich aber mal wieder hin hier umbringen oh ja das geht nicht zu einfach oh doch verdammt entschärft den Scheiß B wieder ich will doch ein paar Kürze legen Entschärf Scheiße Alter diesmal war ich richtig geil drauf ey 13 zu 14 Alter mit 4900 äh 75 Punkten ist doch mal geil ey ja die web ist geil jetzt bis zum gleich bis zum gleich bis gleich tschüss tschüss